Und hallo zu einer neuen Folge. Eigentlich haben wir gerade mitten in einer Folge gemacht, aber ich dachte mir so, Jona, was ist denn so? Dann haben wir zwei Folgen auf einmal und dann muss ich nicht mehr so viel vorproduzieren, weil ich habe sehr lange keine Videos mehr hochgebracht und willkommen. Mein Kanal heißt Jona Schwenk. Nice. Ähm, was? Fett, das Kacke. Das war dann eine Freizeit. Okay, ich werde das Video da vorausbringen, weshalb ihr jetzt wisst, warum wir lachen. Leute, wir verlassen diese Kacke mal und wir sehen uns, wenn ich wollte jetzt anfangen, nochmal gegner zu bohren. Ich werde nicht nochmal Cookies bauen, ohne Witz. Geht doch verletzt. Ich mach mal einen ganzen kurzen Karten und bis gleich. Ja, einen Cut, schau, bis gleich. Und hallo, wir haben ja gerade leider eine Pause gemacht, aber jetzt geht's wieder los und wir sind schon wieder Cookies. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir zweimal hintereinander Cookies bekommen haben. Das war echt eh klar. Vielleicht jetzt auch dreimal? Ja, vielleicht. Ohne will ich sein, dass jetzt wieder Cookies wird. Ich hasse mich. Hey, für euch war das nur noch. Cookies? Was ist Glasier? Was ist das? Gletscher. Was heißt das nochmal? Gletscher. Gletscher? Gletscher. Ey, Leute, sollen wir dir mal was Falsches sagen? Äh, jetzt wissen wir es aber alle. Nein, 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 nein. Ich sag mal so, Glasur. Oh, Glasur. Alter, das wird das Glauben. Ach, hab hier schon eine geile Idee, Alter, weil ich so schlau bin. Eigentlich ja nicht, aber ich habe eine Idee. Vielleicht würde ich aufhören, mir zu schreien und soll anfangen, mein Gletscher zu bauen. Ja, ein Gletscher? Beim Gletscher ist das erstmal, du musst du unförmlich machen. Ein Gletscher ist nicht förmlich. Gletscher ist doch ganz tot. Äh, everything ist aus, äh... Ja, man hat die Klappe! Das ist das gleiche. Ja, Eisberg, das steht aus Schläpzer, da muss ich mir recht geben. Boah, ich sag... Kann man durchpackt, Eis durchgucken? Ja. Nee, kann man nicht. So, das sieht jetzt erstmal voll behindert aus, aber ich hab noch eine Idee. Ah, ich mach was anatomisch korrektes, denn... Der Gletscher... Ach, warte. Nee, quatsch, das sag ich euch jetzt nicht. Sonst lautet ja die Idee. Oh, seid wir böse. Ja, ihr wart richtig böse. Müsst jetzt alle zu eurer Mami, dann bestraft sie euch. Alles klar. Was denn? Nö, nix. Nix, nix. Einfach nur alles klar. Oh, ich hoffe, ich krieg das irgendwie so richtig gebacken. Das ist eigentlich richtig schön. Du sollst keinen Gletscher backen, du sollst einen Gletscher bauen. Wadum! Tsch! Der Gletscher schmelzen, wenn man sie backt. Alles klar, mein Freund. Also, für diese Idee muss das jetzt schon Oscar bekommen. Ey, wo bleibt mein Oscar? Ich mag den Namen Oscar. Weil ich heute wieder The Walking Dead geguckt hab. Und du solltest es auch wieder machen, Panda, äh, warte. So. Du solltest es auch machen, Chloe. Okay. Okay. Lass das doch so zusammen gleichzeitig gucken. Stimmt. Mann, ich baue wieder zu groß. Sollen wir das heute machen, Jonas? Könnten wir. Aber ich bin schon durch. Na, also. Na, dann sagt mir, wir werden halt eine neue Folge da. Hey, wir können aber ruhig noch ein Auto gucken. Ist mir scheißegal. Ey, dann bin ich dabei. Ja. Also, können wir jetzt bitte nicht in Aufnahme sprechen? Ich meine, was wir abends machen, geht Ihnen zweifelig an. Auszufetten. Ja, das geht ja auch ein Scheißregand. Jetzt hab ich den Scheiß gemacht. Also, jetzt hab ich echt alles kaputt gemacht. Ich glaub, ich hab jetzt kackt. Weil ich wollte den ganzen Namen von dem Schiff aufschreiben. Jetzt werden alle sagen, mal Eisabelliedig. Das ist eigentlich eine geile Idee, auf die niemand gekommen wäre. Für die Leute alle. Ja, ich möchte dich nochmal dran erinnern. Es ist ein Unterschied zwischen Gletscher und Eisberg. Ja. Entschuldigung. Das hatte ich jetzt angehört, als würde ich so von irgendwen gerufen worden sein. Aber eigentlich wollte ich jetzt zu dir ja schreien. Wow, Jonas. Du schreist die Leute mitten im Terz an, obwohl du auch so normal mit dem reden kannst. Genau. Ne. Tue ich jetzt nicht. Das ist meine Aufnahme, okay? Ich darf reden. Und meine. Tö. 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 Hör bloß auf. Hör bloß auf mit dem Scheißdreck. Tö. Boah, Mama. Ey, ich hab keine Idee zum Thema Gletscher, Alter. Ich schon. Ich bin gut. Eik. Das wird jetzt schwierig, das richtig umzusetzen. Aber dann aufnahm. Wenn ich das noch irgendwie hinkriegen könnte, wäre es schön. Meinz ist der mit Abstand. Wenn du das schickst, also, das ist so wendend, dass es gut aussieht. Der beste Gletscher, der will. Nein, ich hab's vergessen. Ja, ich hab verloren. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen, den zweiten Berg zu machen, weil es ja ein Gletscher ist. Also, das so zu machen, das ist aus sich so. Ah, stimmt. Und dazwischen, dazwischen zwei Bergen durch, durch klettern. Was? Durch, durch Ding. Ja, stimmt. Okay, ich hab wieder Scheiße gebaut. Ich dachte, ich würde schnell nur kein Kriegen. Ich mach jetzt überall mal L's up leading. Gletscher, was ist das, ist das? Die Pfinges, oder was? Hey, du kannst hier rein. Leer. Das ist ein Pferd, schreitig das Pferd jetzt. Dem, der, dem, 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 dem. Es ist okay. Nein. Das Pferd hat überhaupt nichts mehr zum Scheiß. Das gibt ein Goods auf jeden. Das ist die Klappe. Ja, die Klappe, das ist die Titanic. Jonas, das Thema war Gletscher und nicht Eisbär. Hä, was schreiten, der Kopf ist. Außerdem ist die Titanic nicht frontal auf den Gletscher aufgefahren, auf den Eisbär aufgefahren, sondern seitlich. Mann, ich gucke den Film aber auch nicht 80 Mal hintereinander, so wie du. Ich habe den auch nicht 80 Mal hintereinander geschaut. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir eine Dokumentation über die Titanic angeschaut. Warum ist das Stein? Weil ein Gletscher immer gerollt für sich her. Ach, das ist ein Gletscher. Das nennt man Windlinge. Das ist das, was übrig bleibt, wenn der Gletscher... Das ist kein Gletscher. Das ist kein Gletscher. So. Ja, das ist kein Gletscher. Diese Folge besteht einfach nur noch aus dem Eisbärchen. Hä? Hi. Warum joint ein Typ bei der Aufnahme? Hi. Hallo. Hallo. Moritz. Ja. Alles klar. Das ist doch kein Gletscher. Wo ist das ein Gletscher? Unbekannter Besuch, das ist lustig. Es ist... Hä? Hallo. Nein. Was spielt ihr? Minecraft. Wir spielen gerade Aufnahme. Minecraft Aufnahme, ja. Richtig. Ich bin Atmen. Halt einmal auf. Sagt Hallo YouTube. Hallo. YouTube, hallo. Hi. Hallo. Kein Problem, es zählen sich eh nur 10 Leute dann. Hallo YouTube. Ja, hi. Lass mal kurz den Eingang zahle. Ja, okay. Ist klar. Ah, das ist doch Jossen. Hä? Hast du falsch? Ich hab' euch lieb, aber ich hab' euch lieb, aber ich hab' euch lieb. Warten für Menschen. Ähm, können wir, können wir eine Runde aufnehmen? Äh. Oh, der fuck. User, join your channel. Wiese Zeug. User, join your channel. User, join your channel. Äh. Alter. User, join your channel. Alter. Die sind in den Leuten. Oh. User, join your channel. Ich bin hier nicht. Könnt ihr, ähm... Können wir mal eine Runde aufnehmen? Nein. So eine Runde SG oder so? Alter Leute, ihr seid bei mir auf plus 20, ihr seid so ultra-laut. Ähm, wär's ein Problem, wenn wir eine Runde aufnehmen würden? Jetzt während wir hier spielen. User, in your channel, was banned vom Server. User, in your channel, was banned vom Server. So, jetzt hab' ich den Rest der Runde nicht mitgekriegt. Und der Scheiß auch hat gewonnen. Und der Falle noch hat auch gewonnen. Ey. Ich bin reif für die Anstalt. Ich glaube, ich muss euch mal für die nächste Runde etwas lauter machen. Das mach' ich mal. Bis gleich, Leute.